Moin Pyrus, willkommen zu einer neuen Produktvorstellung. Heute mit einer der besten Packungen, die ich je gesehen habe. Die Honey Badger von Funke. Sehr sehr schönes Design. Ich finde das Design so geil in weiß-schwarz. 30 Gramm pro Packung heißt 6 Gramm pro Böller. Richtig zu erwähnen, Kategorie P1 eingestuft. Also das ganze Jahr kaufen ab 18 und hier rutsch natürlich als Schallerzeuger um die Tiere zu verjagen, wie das kleine Ding da oben. Ja und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, hier ist das Video. So, dann legen wir jetzt mal los mit den Numero Uno und schauen wir mal wie wir zeigen können. Hier in der Plattenbaulocation. Also der Erste. Sehr dumpf, also gerade viel Schwarzpulver, nicht verkehrt. Wir haben heute den Unterschied auf jeden Fall. Aber dafür, dass Schwarzpulver ist, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, muss man sagen. So, Nummer zwei. Uiuiuiuiui. Der hat gescheppert. Der hat gescheppert. Das war ein Juter. Den will ich nochmal. Am liebsten 20 Stück davon. So, ich würde sagen, das war es mit diesem Video. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Schaut mal gerne die anderen Videos an. Da haben wir auch noch einen Vergleich aus der schönen Location. Ja, es kommen noch viele Unboxing Richtung 31. Richtig. Also seid gespannt. Lasst ein Abo da. Gerne einen Like, einen Kommentar, was ihr sehen wollt. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Frauotros schimt Ihr賅. Juice Es weise Und怎麼辦 Wir W tomorrow Untertitelung des ZDF, 2020